Reiseführer Zagreb in Kroatien. Ich möchte euch jetzt in den nächsten 20 Minuten ungefähr Zagreb vorstellen von dem, was ich erlebt habe. Ich war jetzt drei Tage dort zum Reiseführer drehen und ein bisschen auch zum Arbeiten. Und da möchte ich euch jetzt alles erzählen, was ich dort erlebt habe und wie man dorthin kommt und so weiter und so fort. Wir fangen an mit dem Thema Anreise. Anreise ist, man kann von Deutschland natürlich mit dem Auto nach Zagreb fahren. Wir haben es hier ganz normal aufgerufen, das heißt von Leipzig oder von Frankfurt hier runter über Linz, Graz, Maribor heißt das glaube ich dort unten genau, Maribor und nach Zagreb, das ist die Schnellsteverwaltung oder von Salzburg hier über die Autobahn über Villach, Slowenien, Ljubljana nach Zagreb. Das wären auch diese beiden Sachen, die also von der Anreise aus meiner Sicht am besten gehen. Zweitens, Zagreb hat auch einen Flughafen und da könnt ihr euch mal bei den einen oder anderen Billigfluggesellschaften erkundigen oder auch normalen Linienfluggesellschaften erkundigen, wo die da hinfliegen. Und das zweite oder das dritte ist, was ich euch empfehlen möchte, ist der Nachzug. Das habe ich gemacht und zwar gibt es die verlängerte Verbindung inzwischen von Stuttgart, München, Salzburg nach Zagreb. Und das ist eine Verbindung, die Gerd fährt von Stuttgart um 20.30 Uhr los und ist um 10.30 Uhr ungefähr in Zagreb. Also man ist schon ein bisschen unterwegs, also 14 Stunden. Und natürlich gibt es auch für die Leute, die zum Beispiel aus Österreich kommen, aus Zentralösterreich kommen, kann man auch in Salzburg noch zusteigen. Also aus Linz oder sowas kann man bis Salzburg mit dem Zug fahren und dort halt zusteigen. Und dann kann man, merkt man eine etwas kürzere Nacht, aber kommt nach Zagreb. So, die Orientierung in Zagreb, wenn man das Ganze hat. Ich möchte es euch ganz kurz ein bisschen zeigen. Jetzt gehen wir hier mal auf den Stadtplan rein. Und ich war jetzt zwei Tage oder drei Tage knapp in Zagreb und habe, denke ich mal, noch nicht mal ganz alles gesehen. Und ich war jetzt in der Weihnachtszeit da und vielleicht noch ganz, ganz kurz. Zagreb behaupten, sie hätten eines der schönsten Weihnachtsmärkte in Europa. Ob ich das jetzt so unterschreiben könnte, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Aber die Weihnachtsmärkte sind in der ganzen Stadt verteilt. Man wird quasi überschüttet mit Glühwein, wenn man das möchte. Und was ich auch nicht wusste, ist, das dortige Gericht, das beliebteste Gericht auf den Weihnachtsmärkten waren Hotdogs. In allen Variationen, mit allen möglichen. Ich habe einen Hotdog mit Rotkraut gegessen und Schweizer Raclette Käse. Also Hotdogs gab es in allen Variationen und mit allen Variationen auch an Brötchen drumherum und an allen Variationen an Wurst in der Mitte drinnen. Also Käsewurst und irgendwelche anderen Würste. Also das war dort echt das Beliebteste, was es so gab. Ja, kommen wir mal an ein bisschen Orientierung der Stadt. Wir gehen mal ein bisschen rein in der ganzen Geschichte. Hier unten ist der Bahnhof. Hier kommt man an. Der Flughafen ist ein Tick außerhalb. Da muss ich selbst erst mal gucken, wo der Flughafen, der ist hier, aber auch nicht so weit weg von der Stadt. Und dann hat man hier einen großen Park, der direkt bis zur Innenstadt führt. Und hier ist die Innenstadt in der ganzen Richtung. So, dann was hat man in, was kann man in Zagreb alles sehen? Und da mache ich jetzt mal ganz kurz die Satellitenansicht an. Das erste, wo man anfangen könnte, ist hier bei dem Hauptplatz. Und jetzt wird es natürlich für mich ein bisschen sehr, sehr lustig für alle Leute, die jetzt kroatisch können. Ich werde das garantiert alles nicht richtig aussprechen können, was ich euch jetzt hier erzähle. Und zwar, das ist der Banjos, Banjelacic-Platz. Wie auch immer ihr den aussprecht. Jelacic vielleicht. Aber das ist auf jeden Fall der Hauptplatz. Ihr könnt es gerne darunter schreiben und euch ein bisschen aufregen, dass ich das so mache. So, also hier fängt man vielleicht an. Hier war auch in Weihnachten ganz, ganz viel geschmückt in der Richtung. Dann geht man weiter hier hoch. Und das sehen wir jetzt sogar hier richtig schön. Und zwar ist das der Markt von Zagreb. Und der hat hier, ihr seht das hier, das ist das markante Wahrzeichen, diese roten Sonnenschirme. Hier stellen die Händler die ganze Zeit ihre Waren aus. Und es ist ein riesiger Markt, der auch im Winter geöffnet hat. Und dann gibt es halt frisches Obst und Gemüse und so weiter und so fort. Und das kann man hier alles kaufen. Das ist der Marktplatz von Zagreb. Und hier, das möchte ich euch kurz zeigen. Vielleicht ist es sogar diese ganze Geschichte. Genau, das ist nämlich das Denkmal der Marktfrau. Ich zeige es euch jetzt noch im Video nochmal. Und diese Marktfrau soll, das soll als Gedenk an die Marktfrauen einfach, wurde dieses Denkmal hier gebaut. Und das steht an der Treppe hier runter. Da sind wir mal beim Markt, sind. Könnt ihr gleich weiterlaufen zur Kathedrale. Und die ist hier. Das ist der schöne Platz mit der Kathedrale davor und schönen Springboden dahinter. Zurzeit ist sie ein bisschen eingerüstet. Und zwar liegt das daran, dass 2020 ein sehr, sehr schweres Erdbeben war in Zagreb und ganz, ganz viele Häuser zerstört worden. Und das ist jetzt das, was zurzeit gerade die Stadt kennzeichnet. Bei ganz, ganz vielen offiziellen Gebäuden sind Bauarbeiten. Das sind eingerüstet. Es sind manche Kirchen auch nicht betretbar. Das möchte ich euch noch warnen oder beziehungsweise nicht warnen. Das ist jetzt also aktuell gerade der Fall, dass ganz, ganz vielen Stellen gebaut wird. Die Kirchtürme von der Kathedrale sieht man leider nicht ganz, weil die sind gerade auch gehüllt in Bauarbeitung, Bauarbeiterplan, wo man das einfach gerade macht. Also wir haben hier den Hauptplatz, dann haben wir hier den Markt, dann haben wir hier die Kathedrale. Ja, dann gehen wir jetzt gleich mal ein bisschen weiter. Und zwar gehen wir jetzt hier wieder zurück zum Hauptplatz und gehen jetzt hier eine Straße hoch. Und jetzt muss ich ganz kurz gucken, welche das ist. Und zwar ist das Ivana Tachikla. Wir verlinken das alles unten rein, dann seht ihr es. Und wir machen dort auch den direkten Link hin. Hier ist eine Fußgängerzone. Die geht von hier bis hier. Und hier gibt es ganz, ganz viele Kneipen drin. Und die ihr besichtigen könnt. Die geht bis hier hoch, bis bis hierhin, bis zum Hotel Academia. Und hier gibt es eine Kneipe neben der anderen Restaurants. Einfach, das ist jetzt nicht die gehobnste Küche, würde ich jetzt fast sagen. Aber man kann also wirklich ganz, ganz viel ausgehen. Man hat ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und viele Leute sitzen draußen. Im Winter ist das so mit so Folien beklebt, dass man also da ein bisschen im Arm draußen sitzen kann. Im Sommer stelle ich mir das nach einem richtigen, riesigen Leben vor. Lustig ist auch der Name. Da gibt es eine Kneipe Otto und Frank. Finde ich zum Beispiel sehr, irgendwie sehr lustig. Und es gibt aber ganz, ganz viele andere Kneipen hier in der ganzen Gegend ein bisschen. Und das vielleicht erst mal so auch zu dieser Ausgehmeile. Daneben haben wir hier auch, das ist die älteste Straße. Das ist die Radietwarstraße. Wie gesagt, bitte, ich schreibe es euch alles dazu. Und in die Videobeschreibung guckt dann einfach ganz kurz nach, weil mit Kroatisch komme ich nicht klar. Das ist auf jeden Fall eine Straße, die man auch besichtigen kann. Hier gibt es ganz viele Boutiquen und so kleine Läden, kleine Souvenirläden. Aber auch die eine oder andere nette Bar. Und diese beiden Straßen sind so für das Nightlife. Also das ist hier unten mehr die rechte, aber die linke auch. Gehen wir mal weiter. Hier haben wir eine Einkaufsstraße. Die Illesia, würde ich sagen Illesia, wie auch immer man das spricht. Ich habe mich leider mit den Namen auch nicht beschäftigen können. Und da gibt es übrigens auch das Souvernova Einkaufszentrum hier gleich so eins. Und das ist eine Einkaufsstraße. Da gibt es auch ein Hotel. Das Hotel Jägerhorn. Auch finde ich, man merkt so, dass es noch ein bisschen deutsches ist. Und die haben übrigens hier hinten auch, auf dieser Gegend hier hinten, einen sehr eigenen Weihnachtsmarkt. Sehr, sehr, ja, magic, kann man so sagen. Und wenn man hier reingeht in diese Straße von Hunter Jägerhorn, diese kleine Gasse im Hinterhof, ist das richtig schön. Jetzt gehen wir aber weiter. Dann können wir jetzt hier reingehen in diese kleine Straße, Usbianza, oder so ähnlich, wie man das ausspricht. Und dort gibt es was. Und zwar, da haben wir euch gleich die Bilder gemacht. Das ist die kürzeste, so eine oder eine, ich sage mal so sicher, als ich habe, damit ich nicht verklagt bin, eine der kürzesten Standseilbahnen der Welt. Das kostet 60 Cent und da fährt man hier von hier hoch. Und ihr seht, das sind 5 Meter, sind das hier unten, also im Maßstab mal seht. Also das heißt, wir reden hier von 40 Metern, vielleicht, na gut, vielleicht sind es schon 60 Meter. Auf jeden Fall ist das die Usbianza und dann geht man hier hoch und kann dann hier oben hochfahren. Oder man kann aber auch hier neben der Standseilbahn hochlaufen. Das ist auch kein Problem. Daneben ist die Stoßmeyer Promenade, eine sehr schöne Waldpromenade oder eine sehr schöne Fußwegpromenade, echt schön. Und jetzt habe ich hier gleich an dieser Stelle mal für euch eine Aussage gemacht. Und da könnt ihr euch mal von mir erholen, ein bisschen aus dem Studio. Jetzt gehen wir mal direkt nach Zagreb. Ich stehe jetzt hier vor dem Lotharczak-Turm. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, das ist jetzt ein bisschen schwierig für Zeitsmüter. Aber dieser Turm, wir gehen gleich mit der Kamera zusammen hoch. Da hat man einen der besten Ausblicke über Zagreb. Man ist am Anfang der Oberstadt und nicht weit weg von hier ist das Museum der Broken Relationships. Aber vorher gehen wir jetzt hoch auf den Turm zusammen und gucken uns mal die Aussicht gemeinsam an. Nachdem wir jetzt auf dem Turm oben waren mit einer wunderschönen Ausblick, möchte ich mich trotzdem nochmal melden. Wir machen es heute vielleicht ein bisschen gemixt zwischen Studio und hier Zagreb Original, das Museum der Broken Relationships. Und mit vielen, vielen Exponaten, traurigen Geschichten. Das hat es mal mit in sich. Und aber auch einen wunderbaren Kaffee drin, wo man sich einfach mal hinsetzen kann. Wo man auch nur einfach ins Kaffee gehen kann. Auch eine kleine Empfehlung hier hinter mir und jetzt geht es weiter durch Zagreb. Und jetzt waren wir zusammen auf dem Turm und auch auf dem Museum. Jetzt gucken wir uns das hier mal an, damit ihr noch wisst, den Weg. Das ist wirklich gleich um die Ecke das Museum der gescheiterten Beziehungen. Und das ist hier drin. Und da muss ich jetzt gleich mal ausholen, Zagreb hat, also ich habe es gerade ja eben gesagt, es gibt ja auch das Hangover Museum. Aber es gibt noch andere skurrile Museen. Das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich habe gesagt, so eine Stadt mit so vielen skurrilen Museen gibt es ganz, ganz selten. Wo habe ich die Besonderheiten? Die habe ich hier. Also genau, es gibt noch das Ateez Museum und das Selfie Museum neben dem Hangover Museum und dem Museum für die Broken Relationships. Und neben dem gibt es noch ein Cannabis Museum, gibt es auch noch, fällt mir gerade ein. Also heißt Hangover, Cannabis, Broken Relationship, also alles die richtige Reihenfolge, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und dann können wir nochmal zurück in die Ateez gehen oder ein Selfie machen davon. Alles hat ein Museumsplatz in Zagreb. Wahrscheinlich nicht alles ernst zu nehmen, wahrscheinlich nicht alles mit den hochwertigsten Sachen. Ich war jetzt nicht groß drin in allen Museen. Das wollte ich mir jetzt nicht antun, aber ist schon ganz gut. So, jetzt gehen wir kurz nochmal weiter. Und zwar hier oben ist ein bisschen das Regierungsviertel. Und da gibt es auch die Markuskirche und der Markusplatz. Und hier habe ich das paar Mal das Problem gewesen, dass hier alles Parlamentsgebäude sind. An den Tagen, wo wir da waren, war alles gesperrt. Und man sieht es aber hier, und ich zeige es euch gleich nach einem Video, aber jetzt erstmal ganz kurz hier. Man sieht, die Kirche ist wunderschön geschmückt. Jetzt schalte ich mal um und jetzt seht ihr es mal von draußen, was die Kirche für ein wunderschönes Dach hat. Leider konnte man an den Tagen, wo ich jetzt dort war, nicht hingehen, aber genießt einfach mal ganz kurz diese Bilder, die ihr da seht. Weil das war abgesperrt wegen der Regierung an diesem Tag. So, und dann müssen wir noch gleich weitergehen von hier. Und jetzt verlassen wir wieder diese Bilder. Und wir gehen jetzt mal hier auf den Plan hier runter. Hier einfach hier lang vom Markusplatz zum steinernen Tor. Das alteste Stadttor, was erhalten ist. Und hier muss man mal ganz kurz ein bisschen inne sein. Und ich rede bewusst mal ein bisschen leiser. Weil in dieser Stadttor wird ganz, ganz viel gebetet. Es gibt Gebetsbänke und es werden Kerzen angezündet. Weil bei einem Brand ist das Bildnis der Mutter Maria hat dort überlebt. An der Stelle wie durch ein Wunder. Und seitdem wird dort, ist das ein heiliger Ort. Und es wird immer viel gebetet. Und man muss auch wirklich da ruhig sein. Das Ganze ist jetzt hier an dieser Stelle. Ja, und dann kann man wieder hier runtergehen. Und ist dann gleich wieder in der ältesten Straße von Zagreb. Okay, so haben wir das, was man so alles machen kann. So, jetzt gehen wir ein bisschen weiter aus. Eine Sache, die ich euch noch zeigen möchte. Und zwar das Nikola's Tesla Museum. Und zwar ist das hier. Zu Fuß vom Stadtzentrum, würde ich mal sagen. Zehn Minuten, Viertelstunde weg. Aber lohnt es sich auf jeden Fall hinzugehen. Darauf trinke ich erstmal einen Kaffee. Einen Kaffee hat das Nikola's Tesla Museum nämlich leider nicht. Aber dort drinnen kann man halt alte Fahrzeuge sehen aus der Geschichte. Man kann dort Flugzeuge sehen. Man kann auch Original-Nachbauten der Raumkapsel sehen. Und auch von den, ich glaube von den Luna, von den russischen Raumfahrzeugen gibt es auch einen Original-1-zu-1-Nachbau. Dort oben zu sehen, dass man sich mal so ein bisschen die Größenordnung angucken kann. Und was noch besonders ist, wer sich für Bergbau interessiert, beziehungsweise wer vielleicht Angst vorm Bergbau hat, es gibt dort ein nachgebautes Stollensystem, was man vier Meter unter die Erde gelegt hat, wo man so richtig sich über die Arbeiten in Bergbaustollen informieren kann. Da gibt es Führungen dazu, die machen das sehr, sehr liebevoll. Und es gibt dazu noch, über Nikola Tesla, über seine Forschungsergebnisse, gibt es noch lebendige, echte Vorführungen. Ich hatte es nur eine erlebt, die war nur in Kroatisch. Aber selbst wenn man die nur in Kroatisch sehen kann, reicht das schon. Weil, guckt mal jetzt hier, dieser Blitz, der dort erzeugt wurde, zwischen zwei Metallen, das wird da so gemacht. Und richtig live, wenn man das nicht reißt, erschrickt man sich ein bisschen so. Und es gibt auch englische Vorführungen. Aber in dem Fall gab es jetzt nur eine englische Tunnelführung und eine kroatische Vorführung dieser Ergebnisse von Nikola Tesla. Er hat ja mitgearbeitet am Radio und am Elektromotor und alles Mögliche, was der alles mitgemacht hat. Und das wird da drinnen auch hochgehalten. Er ist nicht in Zagreb geboren. Er hat in Graz studiert. Aber trotzdem spielt er dort in der Stadt eine wichtige Rolle. Er hat auch dort mehrere Straßen. Und das ist auf jeden Fall das Nikola Tesla Museum. Und vielleicht doch, ehe ich es vergesse, auch das gesamte Gebäude ist schon spannend, weil das wurde in den 20er Jahren oder Anfang des 20. Jahrhunderts dort gebaut als Messehalle. Und das war eine der ersten Messehallen, die komplett in Holz gebaut wurden. Also das heißt, das ist eine der älteren Holzbauten, Zweckbauten, wo man da so reingeht. Also sehr schön. Eintritt, nagelt mich bitte nicht fest. Ich glaube, vier Euro pro Person kostet der Eintritt. Und dann kommt man dann dort rein. Gut. So, und jetzt gehen wir nochmal ans anderen Ende der Stadt. Da möchte ich auch noch Bilder zeigen. Und zwar von diesem großen Park. Hier ist einerseits, das ist der Park Maximir. Und da ist es so, dass man einen riesigen Weg gelaufen kann. Und der ist fast so groß wie der Central Park in New York. Und es gibt mehrere Seen. Hier seht ihr zum Beispiel einen See. Hier seht ihr einen See. Und dann gibt es auch im Sommer manchmal auch irgendwelche Tretboote, die man leihen kann. Hier noch ein bisschen See. Und hier ist noch der Zoo. Den hatte ich jetzt nicht besucht, weil es war jetzt schon später Nachmittag. Eintritt auch, glaube ich, vier Euro. Berichte ich mich aber auf jeden Fall ganz gut. Und dann kann man hier auch durch den Zoo gehen. Das ist dann hier so ein bisschen auch mit Inseln gemacht. Sehr, sehr schön. Und hier ist der Eingart in dem Park. Und im Park gibt es auch, wenn ihr mal im Sommer dort seid, mindestens zwei schöne Gaststätten. Zum einen hier oben auf dem Parkhügel. Ich gucke mal, ob man es ein bisschen sieht. Doch, man sieht es ein bisschen. Man hat einen wunderschönen Ausblick hier. Die hat jetzt auch im Winter offen. Und eine Gaststätte auch hier vorne, die hat auch im Winter offen. Und das ist so der Central Park von Zagreb. Was ich nicht besichtigt habe, ist hier hinten der Friedhof. Der soll sehr berühmt sein. Den habe ich nicht besichtigt. Und was ich auch nicht besichtigt habe, was ich gerne mal machen wollte, ist, hier ist ein Seilbahnsystem. Und man kann hier auf den Berg hochfahren. Und man könnte von dort entweder runterlaufen. Da gibt es auch ein Hotel oben. Da kann man auch ein bisschen spazieren gehen mit Restaurants. Ihr seht hier. Und es gibt dann auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel hier eine Burg, die man besichtigen kann. Mit Weddgrat würde ich sagen. Mit Weddgrat, Burg Meddwetgrat. Und das kann man auch besichtigen hier. Das war mir jetzt für drei Tage fast einen Tick zu weit. Das habe ich nicht besichtigt. Und was noch dazu kommt, weil ich leider euch auch keine Bilder liefern kann, wo ich euch jetzt nur ein Bild zeigen kann vom Einlass. Zagreb hat ein großes Tunnelsystem, was auch im Zweiten Weltkrieg dazu genutzt wurde, um die Bevölkerung zu schützen. Und dieses Tunnelsystem ist aber gerade auch eine Rekonstruktion gewesen. Das konnte ich euch nicht zeigen. Da konnte man leider jetzt gerade nicht reingehen. Da gibt es mehr Reingänge. Die Tunnel von Zagreb sind auf jeden Fall sehr, sehr berühmt. Und auch da einfach mal hinschauen und sich das Ganze angucken. So, ach ja, wie bewegt man sich in der Stadt, habe ich bei mir noch aufgeschrieben. Und zwar gibt es ein sehr, sehr dichtes Straßenmannennetz. Die Straßenmannfahrt kostet 53 Cent aktuell. Wir reden jetzt von Ende 2023. Dann kann man wahnsinnig viel zu Fuß machen, wenn man ein bisschen laufen mögt. Also ich habe meinen Rekordtour an einem Tag, glaube ich, 27.000 Schritte. Das war richtig viel beim Schrittzähler. Aber man muss es nicht ganz so übertreiben, wie ich das gemacht habe. Dann kann man natürlich auch noch Nextbike nehmen. Und Nextbike-Stationen, immerhin kann man ganz stolz sein. Ein Leipziger Produkt, was hier entwickelt wurde, Nextbike gibt es auch in Zagreb, nimmt man rein. Aber dort ist es so, dass man das Ganze mit Stationen macht. Das heißt nicht so wie in manchen anderen Städten, wo man das Nextbike auch immer hinstellen kann. Dort muss man es wieder zu einer Station zurückbringen. Und dann kann man dort das nehmen. Und das kostet auch nicht viel Geld für eine... Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Ich glaube, also deutlich unter einen Euro für eine Stunde. Aber nagelt mich darauf bitte nicht fest. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr praktisch, weil man mal schnell von einer Ende zu anderen fahren kann. Am Bahnhof ist noch der Botanische Garten, der aber im Winter jetzt keinen Sinn gemacht hat. Der ist hier. Der mag im Sommer ist der garantiert sehr, sehr schön. Der ist hier gleich neben dem Bahnhof. Auch das ist sehr, sehr schön. Und jetzt kommen wir doch noch mal zur Kunst. Es gibt zwei Kunsthallen. Die eine ist geöffnet. Das ist in den 30er Jahren eröffnet worden. Das ist eine Kunsthalle. Die eine habe ich schon gesagt. Wegen des Aussehens auch Moschee dazu. Aber es ist keine Moschee. Da gibt es gerade eine Ausstellung drin. Und dann gibt es noch eine weitere Kunsthalle hier in diesem Hauptpark. Und zwar hier. Das ist auch ein Kunstpavillon. Der ist aber gerade geschlossen. Auch wegen Baumaßnahmen. Wegen des Erdbebens vermute ich. Und ich möchte euch noch ein Bild zeigen. Ganz, ganz schnell von der griechischen Kirche. Jetzt muss ich sie nur ganz schnell finden, weil das ist schon skurril. Man geht rein in diese Kirche. Und dann ist sie komplett mit, wie soll ich sagen, mit Stützen abgestützt innen drin. Weil sie halt baufällig durch das Erdbeben geworden ist. Jetzt muss ich einen kurzen Moment hier. Ich hoffe, dass ich euch kein Nöster... Das ist eine orthodoxe Kirche. Genau. Hier lohnt es sich, es aber reinzugucken. Aber das, was man hier ins Bild sieht, ist nicht so, weil das komplette Innenleben ist durch Stützen halt gerade aufgestützt. Weil man halt durch das Erdbeben so viel zerstört wurde und man da gerade daran ist, das Ganze überall zu reparieren. Schöne Plätze gibt es. Ihr seht es hier noch ganz kurz auf den Google Maps Karten, wo sich überall unten drunter Restaurants nicht nur vermuten, sondern auch sind. Guckt mal hier. Hier lang, also überall in der Nikolaus-Tesla-Straße gibt es auch Restaurants. Also Restaurants, Cafés gibt es hier in der Innenstadt en masse. Und es ist ganz, ganz viel los. Und dafür, dass Zagreb 770.000 Einwohner hat, ist das eine schöne Geschichte. Das war garantiert nicht alles von Zagreb. Das ist das, was mir aufgefallen ist. Es lohnt sich auf jeden Fall hinzufahren. Es lohnt sich für mindestens zwei Tage hinzufahren. Drei sind sicherlich besser oder sogar vier. Und wer gerne irgendwie auch ausgeht, für den ist Zagreb richtig. Und Stichwort ausgeben. Noch eine Sache, die ich vergessen habe. Und zwar ein Restaurant-Tipp, wo ihr unbedingt hingehen solltet. Und zwar hier neben der Station gibt es ein Restaurant. Das steht hier gar nicht bei Google Maps drin. Doch hier. Restaurant Uzbiacerm. Das ist so, wie die Straße heißt. Ein sehr traditionelles kroatisches Restaurant mit kroatischen Essen. Der Fleishteller für zwei Personen mit 43 Euro. Tut sich aber auch Cevacici, was ja so ein bisschen nationalgerecht ist, für deutlich günstiger. Hier kann man auf jeden Fall hingehen. Hier sollte man auf jeden Fall essen gehen. Ein sehr, sehr schöner Laden. Und hier sieht man übrigens auch den Tunneleingang auf der Karte. Hier sieht es übrigens drin aus in den Tunneln. Die sind aber, wie gesagt, gerade geschlossen. Auch wenn hier geöffnet steht. Vielleicht hat sich aber auch alles schnell wieder geändert. Gut. Gut. Also, fahrt mal nach Zagreb. Wenn ihr Ziele habt oder wenn ihr Städte habt, wo wir unbedingt mal einen Reiseführer machen sollten, dann könnt ihr das auch mal schreiben. Entweder mir schreiben oder in die Kommentare schreiben. Oder wenn ich was von Zagreb vergessen habe. Oder wenn ich was falsch ausgesprochen habe, wo die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist. Schreibt es mir auch in die Kommentare. Wir verlinken, wie gesagt, wenn ihr jetzt die Videobeschreibung anguckt, verlinken wir euch die Sehenswürdigkeiten mit dem Google Maps Link, dass ihr das alles so wisst und seht. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und ich empfehle euch jetzt den Reiseführer von Sweenemünde, weil das ist auch ein schöner Reiseführer und ein schönes Reiseziel für den Sommer. Oder von Wismar. Da war ich für euch zwar im Winter, aber eine tolle Stadt kann man auch nur empfehlen.